Ah, Sonntagabend im Bikini Bottom und Patrick guckt gerade Fernsehen. Guten Abend Bikini Bottom. Pfff, was? Patrick, mach auf. Spongebob, Spongebob, YouTube soll gelöscht werden. Was? YouTube wird gelöscht? Dann wird die Welt niemals mehr von meinen bösen Plänen erfahren. Dann beklagt sich keiner mehr über mein schlechtes Klarinettengespiele. Was? Dann wollen ja alle über unsere Sendung umsonst. Hahaha.